Sensationell! No! 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 Und jetzt geht's! Oh! In the US Open! Oh! Oh! Klasse! Boah! Oh! Das kann der alles schleifen! So, mit der Rückhand, alles riskiert, reingegangen. Oh, der war gut. Innerlicher. Fehl Draht hin auf der Rückhand. Boah! Die schnelle Hand. Moment, Moment! Nein, 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 und? Aber eins muss... ...für die Zukunft, der Mann ist 22. Ja! Das ist eine Phase, in der Blake jetzt aufpassen muss, denn es wird wichtig und da... Selbst die beidhändige Rückhand, aus der Not geboren, half nichts mehr. Wir durften live dabei sein, bei der Kür eines fantastischen Tennisspielers. James Blake, der kann kaum besser spielen.